Wie lebt der neuen Kerlchen hierher? Was hat mich nicht so angebringt? Ein leeres? Ja, also ein formatierbares. Geht das hier mit der einen Wand, oder? Hm? Geht das hier mit der einen Wand? Das ist super. Sehr gut. Ich finde, das ist generell extrem kühl geworden. Schon, ne? Bisschen wenig. Soll ich noch eine zweite Wand? Nö. Nö. Das ist gut. Das ist einfach die Insekten. Ich darf mir sagen, dass das mit Aufstand der besten Parcours von allen Bissern. Zum Film. Ja. Weil ich kann jetzt meinen Arm komplett aufgelegt lassen. Na, im Postbeginn ich weiß das sogar. Sehr gut, dass der direkt so bleibt für die nächste Früh, wann wir auf dem Film. Ja, echt? Also die nächste. Das ist ja schon die letzte jetzt. Achso, was machst du das? Um 18 Uhr. Krass. Ich habe Zeit verbiere. Ja, danke. Jetzt haben wir den Computer starten. War nicht sein Bester. Oh. Spitzelmäßig. Die erste Fühlerfreie Runde. Sie ist gefangen. Wir schauen. Aber ich kann das hierARA oriented.